So, dann starten wir mit der Only Shotgun Challenge. Wir liegen bei Reckless Railways raus, wegen dem Auftrag besuche einen Bahnhof und gehöre zu den letzten 75 Spielern und das sollte auf jeden Fall einfach sein. Deswegen gehen wir direkt zum Bahnhof. Also ich will nicht sagen, dass auf dem Rücken sieht ein bisschen aus wie so ein Plug oder siehst du ein bisschen wieder falsch. Ich lande direkt im Bahnhof. Oh ja, ich habe einen Shotgun direkt zum Anfang, das ist so super wichtig. Oh, das war dann zu schlau. Ich war von der Deck noch. Alles gut? Ja, ja. Ach, Shotgun. Digga, war eine bessere. Oh. Uh. Champagnerflasche habe ich wieder dabei. Ich habe eine graue Shotgun. Ich habe auch eine graue Shotgun. Ich bin immer besser. Machst du den Boss schon allein oder was? Ne, der ist im Gegensatz anderen. Oh. Wenn ich lock die einfach zu mir und dann einen Hinterhalt. Ich loot hier gerade mit der Hoffnung, dass ich hier, ja, eine grüne Shotgun schon mal. Der Zug ist auch da. Ja. Hast recht, ich bin mal auf dem Zug. Ja. Aktiviere mal hier dieses. Da kommen noch welche. Oh Gott, habe ich mich gerade durchschwunden. Wieder nochmal eine Champagnerflasche ist da. Noch eine Champagnerflasche ist da. Dann lass mal einen gerade benutzen. Spitz dich ab. Achtung. Genau in deinem Gesicht. Oh, geil. Hast du beide auf? Hast du zwei oder? Ja. Boah, da war eine blaue Shotgun. Ja, bin ich auch. Ja. Wollen wir eigentlich wieder runter? Warte, da kommt noch gleich der Drop hier raus. Vielleicht sind da noch gute Wappen. Ah, ja, stimmt. Digga, baut die zum Nachladen die Shotgun. Uh, ja. Noch eine blaue Shotgun. Ja, perfekt. Hast alles blau. Gut, dann können wir wieder raus, wenn du Bock hast. Ja. Schade, dass das nicht so ist wie bei Warzone. Weil beim Warzone Zug kannst du dir einfach einstellen, dass das wieder zurückkommt. Ja. Das wieder kommt. Und ja, ich hatte richtig erwähnt. Ich habe auf, äh, circa gespritzt. Dann circa steht drauf. Ja, Mann. Ja, Mann. So, komm dann los. Ah, was ist hier? Das noch eine Kiste. Gewalt, Gewalt. Oh, hallo. Oh, hallo. Was sagst du mir? Nö, ich brauche keinen Riss. Nö, nö, nö. Nö, nö. Hier ist auch noch eine Flasche. Malst du dich? Ne. Ach, das kann auch nur tragen. Hä, 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 hä. Nein, man spritzt natürlich nur meine Champagner-Dusche, Chat. Trinkt ihr schon wieder. Boah. Ja, Stanz hier. Was ne freshe Musik, ey. Oh, die Pallern nach vorne und rechts. Komm rein. Headshot. Ey. Dann den Arsch. Was sind diese blauen Dinger hier? Oh. Ach so. Ja. In den Arsch. Da ist wieder einer. Er ist weit weg. Kriegst du den? Nein. Ab ihn. Ich bin hier ein Allentor mit der Schott kam, ey. Ein richtiger Killer. In meinem Wasser. Aber ich habe langsam keine Munition mehr. Das ist das Problem. Ja. Hier ist noch eine. Zwei. Komm ins Wasser. Lock dich ins Wasser. Da haben wir unseren Vorteil. Ey, die fallen uns von oben ab und wir sind tot. Nein, 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 nein. Da springen wir die ganze Zeit. Und beweglich. Du stehst jetzt. Schau dir einen. Ich komme zu dir. Da ist noch jemand anderes gewesen. Ja, da ist noch mehr. Oh, da ist Muni. Das ist wichtig. Hier vorne. Na, dir kommt, na. Ja. Hier. So, let's go. Hier oben. Ja. Oh. Luftangriff. Von hier unten. Ja, die waren sofort. ja ich sehe überall gegner und champagner dusche er war dort lockt sie zu mir oh gott lockt sie zu mir der geht nicht, der ist in mir hilf mir hilf mir nein hab ihn ich nehme gleich eine shotgun mit und ein Schild mit ja, ich muss sagen keine Ahnung so komm schon bitte kein tot er war ein Zuge Gegner grad vergessen was ich hab nicht von dir eingesammelt so ich hab eine automatische Ahnung er lag eine blaue automatische noch hast du nie? ja dann gucken wir nochmal 50er trank nimm mal wie viel munition hast du für die shotgun? äh 30 da hast du nochmal schon harmonie ok mal Richtung neue zone bevor wir hier oh rotes bin ich turbo 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 lass das Boot holen ich will ein Boot fahren ich will ein Boot fahren das wäre so cool Bootfahrer Amigo da würde ich mich sehen mit ich will dann ich will ja das ist das 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 hat mit ich nur aus An das ist unser ge proceso Es viel und es habe wo sind die ja schwimmen wir in die neue zone weiß nicht bis heute wie leute es schaffen das level 1000 zu werden sucht kranke sucht ist das ja level 1000 ist schon geisteskrank höchste höchstes level was über fort erreicht hat bei mir was irgendwas mit 100 irgendwas aber level 1000 junge das ist süß ich bin level 87 theoretisch können wir auf die insel hoch hat er kommt runter er geht wieder hoch es kann auch du weißt du was er will und so baby ja wir können riss nehmen wollen wir riss nehmen ja ich weiß nicht sehr schön sehr schön gold ist aber die länder shotgun jetzt das ist wenigstens gut irgendwo wegschmeißen das ist keiner findet fläche auf dem dach oder was den kissen sind der turtle event war aber auch ganz geil magst du horror games amigo mag ich aber ich habe richtig schiss davon deswegen haben wir es nicht lange nicht mehr gespielt gehabt weil die letzten male bin ich immer schwitzt aus meinem raum gegangen und dachte mir ich fange gleich an zu heulen ich mag es aber hast du es zugleich ich habe jetzt muss ich was wir müssen in die zone oh gott ist aber auch wenn ja okay du fährst ich mach drive-by ich habe mich schon so gefreut hinter uns sind auch noch leute die können wir anfangen lass sie abfangen die kommen da er ist da mit dem autofahrer und jetzt ja habe ihn beinahe drauf gegangen aber ich habe ihn oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein 30 schuss ich kann dir schuss geben ich habe genug ich habe 100 50 werde wie kann man das denn trennen noch mal ich stapel oh ja wasser das für ein bot wie kann so ein wort ist soweit schaffen herr wird fack jetzt sind wir immer viel am leben oh gott jetzt spring ich wieder wir müssen irgendwie an dem haus spielen ja weil die shotgun auf range wir müssen ja eigentlich von hier vorne also in uns kommt eigentlich kann ich sagen das ist nur ein bisschen doof mit dem berg ja ok da hinten am gletscher ist auf jeden fall einer gestorben ich würde gerne schon einen high ground haben unser auto ist auf jeden fall wieder in der zone und die medaille ist wieder in der zone aber die die medaille würde ich jetzt nicht nehmen weil die medaille jetzt die medaille ist wieder in der zone und die medaille ist das wirklich nicht wo die sind müssen schon irgendwo auf dem berg sein gott ja wahrscheinlich da gegenüber von uns irgendwo so blau lasst du blau gehen fahren wir mit dem auto das ist zwar auffällig aber wir können halt nichts von der aber hier ist sogar ganz cool hier oben ganz umhütige zeit gehen oh ok ja 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 aber ich warte im auto einfach das war bei der only car challenge war es so gut weil die leute nicht gerafft haben dass man immer noch im auto sitzt ja amigo wie geht es soll ich dir was schenken was möchtest du mir denn schenken und du brauchst mir nichts schenken aber ich hoffe dir geht es gut bro du hast die jetzt hinter uns ja ich habe es auf jeden fall meine spülvorschläge cuttern danke wir müssen auf jeden fall von oben oder von links gleich bei dir kommen das ding ist die können auch von hinter dir kommen ja das ist ein bisschen blöd ich drehe mich ja ganz leicht dass wir nicht so ein suv haben da oben oben der schießt mich ab versteckt mich sind beide dann ja die haben ein port auch dabei ja 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 der kommt von oben links eine kommt von da der warte ist jetzt okay lasst rennen lassen lassen die zonen die geben mir so viel schüsse ich bin schild ich bin tot ich lieb scheiß man wir sind direkt hier oben die kommen runter das ist ein sniper nein platz zwei mann verdammt aber das war so schwer und richtig richtig geile runde ach man aber wenn es euch gefallen lassen daumen nach oben da vergesst nicht den kanal zu abonnieren schreibt gerne die nächste challenge rein die wir machen sollen und das war die matchstatistik 8 eliminierung 3 assists jetzt werden wir ausgelacht das ist noch brechheit so zurück in die lobby